Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von General Gaming LP. Ja, wir befinden uns im Menü von Einsatzwagen 2020, der Polizeisimulator. Ich muss mal jetzt erstmal das hier alles ein bisschen leise. Ja, das ist geil, ne? So. So, lautstärke Sounds. Okay. So. So, so müsste man besser verstehen können. Äh, ich hab's, wie die meisten Spiele, die ich bisher gemacht habe, schon ein bisschen angefangen zu spielen. Um das mal zu testen. Fortsetzen. Jonas, ja. Okay. Na, okay. Fortsetzen. So. Wir sind hier in der ersten Mission. Wir müssen so schnell wie möglich patrouillieren. Und zwar entlang der Rote. Vermeilt Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern und sammle Nitro-Booster für jeden Fast-Zusammenstoß. Okay, da haben wir Rang C, also ich Rang C geschafft. Okay, man kann schon in der Startmenu erkennen, dass dieses Spiel keine sonderlich große Grafik hat. Okay, fortsetzen. So, jetzt lädt es. Und dieser Ladebildschirm ist nichts anderes als das, was wir eben schon gesehen haben. Nur das, ich hab keine Maus, nur das da unten Laden steht. Gleber gemacht. Es ist so ein Spiel, was man halt so kennt. Oh, diese Grafik. Los. Oh, diese Grafik, ey. Ich glaub's ja nicht. Warte mal, Nitro-Boost. Linke Alt-Taste zum Boost. Oh, der fliegt weg. Oh, da liegt er. So, linke Alt-Taste. Oh, die Sirene geht an und wir fahren ein bisschen schneller und der Nitro-Boost geht so schnell alle knapp vorbei. Ja, wir haben wieder Nitro-Boost gesammelt. Finde ich hier sogar. Ja, die Musik. Okay. Und Bremsen und um die Kurve. Und wir... Ah, Alter. Da haben wir mich schon ein bisschen erschrocken auf einmal, auf einmal die Pernalysen auf die Geräusche. Ja, äh... Da kann man so gut gehen, okay. Äh... Wir sind noch an. Ah, und wenn ich jetzt nur kurz von Gas gehen, dann hält der Wagen an. Also fast. Und dann fährt er seit... Oh, ich bin nochmal. Oh, ich bin nochmal. Oh, tsch. Das reicht. Linke Alt-Taste. Oh, Alter. Dieses Show sehr schrecken ein Jahr. Meine Güte. Alles so schwer, okay. Wie weit müssen wir noch fahren? Okay, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Ernsthaft, jetzt. Ich hab keinen Bock mehr, dieses Spiel zu spielen. Sorry, aber... Äh... Weiter. 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 Okay, jetzt. Äh... Zurück, 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 zurück. Beenden. Alles klar. Das war wieder ein kurzes Letzt-Test. Einsatzwagen 2020 der Polizeisimulator. Ja. Äh... Ich glaube kaum, dass ich jemand das Spiel kaufen will. Sorry, aber... Nein. Äh... Ja, wir sehen uns im nächsten Letzt-Play-Letzt-Test. Keine Ahnung. Was auch immer wieder. Bis dann. Ciao und haut rein.